jo heil willkommen mein name ist an die rülpy und ich begrüße euch zurück zu let's play ford out 4 in der letzten folge was haben wir in der letzten folge gemacht ich glaube wir haben ein paar siedlungen gefunden und auf unsere seite gezogen und ich glaube da werden wir auch heute weiter man hat mich so das ist ein asche auf meine güte wie lang ist diese kuh eigentlich noch umlaufen ich bin ja schon weil ich habe einen neuen thumbnail und so erstellt bin hier schon eine schneide stunde haben rumlaufen und so und da ist immer noch eine kur umlaufen waren irgendwie so drei vier kühe und so auf einmal gerade so machen wir in dieser folge wir tun ist ja auch eine kuh ja wie viele kühle egal aufs grün habe ich eigentlich nicht zum beispiel das wird jetzt auch dabei bleiben ich werde jetzt nicht mehr aufs grün irgendwas machen ja glaube ich nicht gleiche klamotten und so was alles ein paar waffen ich habe jetzt weil ich fünf sechs waffen ja ich bleibe jetzt immer bei sechs waffen 3 ich glaube ich minus granaten wat habe ich ach ja ich wollte noch mal zeigen ich gehe jetzt mal ganz kurz zum institut weil da wollte ich ausgehen erst mal gucken wir mal darauf hinkommt ich habe ja so ein chip bekommen und weiß nicht ob ich das zeige irgendwann mal aber ich wollte zu diesem transporter hingehen der mit dem ich ins institut reingegangen bin und das problem ist er ist jetzt vollkommen zerstört ich weiß nicht wieso aber der ist kaputt und den kann ich nicht reparieren kann ich nicht benutzen und so ja und ja deswegen musste ich erst mal für karte suchen und wenn ich das jetzt wiederfinden würde wer gut das institut ist ja unter so ein hier das institut das ist ja unter den cit ruinen haben ja gesagt unter diesem museum und von daraus kann ich mich dann dahin porten das habe ich dann auch letztes mal gemacht mit komisch aus mit sehr überraschten resultaten weil sobald ich nämlich hier reinkomme passiert folgendes ich glaube das wird auch niemand überraschen ja wer zeigt von allen seiten abgebildet also hier kann ich nicht mehr umlaufen durch das gefühl ja wir sind also jetzt offiziell mit dem institut verfeindet ich bezweifle mal dass ich hier irgendwelche sachen kaufen kann ich bin ich mit selbst bei reingehen würde aber wenn ich mich dann rein teleport ist ja schon wieder abgelaufen hat er seine waffe fallen gelassen ernsthaft weil nicht alle leute sind mit uns verfeindet komischerweise sauber ist der laden ich möchte ganz ganz sicher geben aber ich nehme an da sind wir auch mit verfeindet da könnte ich nicht eigentlich den händler abschlachten dann all denen seine sachen bekommen aber irgendwie zu einfach ich glaube bei einigen händlern geht das ok ja komm wie lange braucht ihr eigentlich um mich zu töten sonst frag ich mal in so eine geschwindigkeit ne warte mal ich mache da mal meine red rocket getötet also ja institut wird nichts mehr zum glück habe ich diesen geilen helm schon vorher gekauft und ja weil ich zwei brustteile konnte man sich nachholen aber da habe ich die wollte weiß nicht sagen wir jetzt nicht so gut aus glaube ich meine bei meiner black ops klammern die glaube ich sogar stärker sind ich habe mir jetzt ehrlich gesagt relativ spontan hier ausgesuchten passieren und rekrutieren weil normalerweise gucke ich mir so an man habe ich so für missionen und so kann ich jetzt auch mal nachgucken ich meine ich habe irgendwie gar nichts geplant was ich jetzt hier machen soll ich bin einfach so ja machst du einfach improvisierst und so und wir haben ja auch preston bei uns ich glaube da wird sogar mit mir quasi sagen wir klopft dir ruhig selber mal auf die schulter du bist definitiv auch einer von den guten danke preston ich weiß dass du das denkst ist mir klar aber ich weiß nicht ob du das auch verstehst wie ungewöhnlich du bist ich glaube weiß dass ich dich wirklich respektieren gelernt habe seit wir uns kennen als anführer und als freund die meisten menschen schauen am ende doch nur auf sich auch die guten aber du bist anders du sorgst dich wirklich um deine mitmenschen wenn es unbequem oder sogar gefährlich ist ich habe mehr als einmal gesehen wie du dein leben riskiert hast um menschen zu helfen weil ich nehme ich doch gar nicht so oft mit ich wollte dir nur sagen dass also dass damit etwas erreicht dass du wirklich etwas veränderst flirten was nein das höre ich gerne aber ich weiß nicht ob ich dem gerecht werden kann glaub mir das tust du schon jetzt gut genug geplagert nicht wahr hey was gibt es gerade weil wir ihnen dabei haben wird es glaube ich ein bisschen besser wenn ich hier so ein paar staatliches vorteil hätte ich auch ausgemacht so ein kriterien mehr siedlung für die minute man ja warum ihn auch spricht meinen sie dann gehen wir da ein da war noch nicht okay wie in tom reise da sicher also glaube ich nicht sicher und 81 von da aus da ist auf jeden fall sicher jetzt bin ich angegriffen okay schön wird aufgefallen wir fehlen nur noch sieben wackelpuppen dann ist doch geil ne intelligenz wackelpuppe die fehlt mir auf jeden fall noch jetzt wahrscheinlich und ganzen staatsparameter ja alles aufhören damit ich nicht zu den höheren fähigkeiten ja zu der farbe ich würde unbedingt nehmen als fähigkeit haben das ist eine fähigkeit die kann man auf jeden fall immer gebrauchen so dass wir so ein radiosender oder funksender was weiß ich wo man radio aufbauen kann diesen wichtigen radiofrequenzen nicht auch so oft irgendwie nachgucke und so und ja waffe ich glaube ich glaube eigentlich auch immer nur mit den gleichen aufnobene mit dem chemtraum schnell er ist auf jeden fall einer meiner absoluten lieblings waffen weiß vielleicht wenn ich das lang genug spiele natürlich mal irgendwie so ein paar best ofs oder so machen also best ofs mache ich auf jeden fall aber weil sie nicht so ein top 10 liste meiner lieblings waffen und weil er nicht begleiter missionen was weiß ich vielleicht kommt davon irgendwas und wir sind wo ist der hier hallöchen was geht mal stört irgendwie dass ich mich nirgendwo jetzt runter irgendwie tun kann und hier ist nix geil wo ist er hat da ich dann halt wird hier schon zu irgendwas muss ja jetzt sein kann ich schon jeder geplündert haben wird gibt leute die vor mir schon mal plündern muss ja ich glaube da war ich doch schon mal oder ist das ist glaube ich so eine frage die schon öfter aufgetaute sind jetzt play irgendwann wird man ja doch die übersicht wo man schon war und wo nicht da kann ja nicht schaden dann noch mal vorbei zu schauen und die tür schon mal offen also könnte es sein dass ich hier schon drin war und dann ist doch hier da wo ich mit doc mit rumgelaufen bin oder ja das ist genau das wo ich mit doc mit und nick und laufen bin gehört das möchte offen damit ich weiß hier war schon ja und da war ich auch drin dann gehen wir zum funkturm machen da weil er nicht die frequenz mal klar da habe ich ob die minute man auf sich losgegangen werden railroad wenn ich mich dem institut angeschlossen hätte die können ja nicht wissen was ich da drin gemacht habe oder ich bin jetzt weil ich nicht alle aktiviere wird da sowieso passieren nicht den wenn ich den aktiven hier gibt noch soviel zu erkunden ich bin jetzt weil ich 90 stunden oder so war das hysteria ich glaube das kommt hier auch so ungefähr ein bisschen da fällt auch so ein bisschen auf screen zeit rein jetzt haben wir wieder ja radio einstellen ich weiß nicht also daher jedes mal ist ja ich höre nur punk extra laut gemacht noch warte ich erwarte über ein fernseher haute mann okay ok ich höre nichts das war das scheiße hat voll die optionalen sachen aber da ich sowieso heißt im ötland umdrehen werde wenn ich so oder so irgendwann darüber stolpern nämlich an wenn da sie klar okay was geht gut sie ist gefährlich aus hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier leider ist nur die maske den eindruck erweckt eigentlich bin ich voll lieb ich kann mich einfach verdienen ok so patronen nehme ich gerne kleber ich brauche kleber jetzt gehörst du mit vat die frau bekommt das hat schlecht nachher ist auch das schiff okay von beiden gesehen haben im letzten schiff haben wir eine wackelpuppe gefunden also ja damit ja immer offen für wackelpuppen das hat ein geräusch ok ich bin nur eingebildet gut trieb ja so viel zu siedlungen finden wir müssen so oder so siedlungen finden um hier bei den railroad bei der bei den minute man weiter zu kommen also mach mal das auch da kommen wir ein ok aktor ebene wieder sachen gefunden nicht auf karte waren jetzt wird immer gut zu finden hoi hallo hier ist auch bestimmten und fusionskern oder so ne nix kann ich sein es erinnert gar nichts ist das halte ich doch für recht bedenklich das was ich kriege ist noch strahlung nach gar nichts ist jetzt echt gar nix hier aber zu öffnen ja super klebeband brauche ich ja gut ach okay hier ist das das war die ich weiß da inzwischen ich habe verstanden aber auch ganz wichtiges also blöd hier aber für mich sieht es nach schrott aus aber nicht immer so blöd wenn die musik im hinter rund läuft und dann auch hier so ein funk ding kommt es so schwer irgendwie zu hören ich kann den fernseher nicht so laut machen sonst wird man hier alles doppelt hören so gut wird er jetzt schon hier wenn man die dialoge sich anhört die stimme hat man immer doppelt in den aufnahmen und dabei tue ich schon eher so leise wie möglich den fernseher einschalten sehr schön wenn es dann noch jemand am schwimmen gewesen wäre besser gewesen hat sieht doch schon ein bisschen verdächtiger aus hier sieht es auch noch so aus als gibt es hat ich komme ich wieder hoch wenn ich jetzt schon irgendwie gehen ich gehe nur zwei stempacks macht man ja sowas jetzt wieder hoch hier taucht nirgendwo da kommt sogar hoch war da oder ein frohberg zuvor hat mir wege als wohnert sei es ruhig aus gott sehr gelohnt hat sich jetzt die dieser auf screen runde nicht kleber ich brauche ich habe voll viel und müsste gar keine probleme mehr haben irgendwelche sachen zu finden aber fehlt bis heute immer noch irgendein zeug das ich irgendetwas brauche das ist schlimm das ist so schlimm irgendwann bitte moment kommen da werde ich perks und alles was haben mir so ein bisschen dabei helfen glaube ich weit haben wir denn hier noch schon irgendwas was meine zeit wert ist jetzt auch voll wenig gegnern aber das sieht ja schon so aus als wird hier irgendjemand hat gebaut haben so im sinne von verteidigung und ich bekomme sehr viel kleber das ist sehr gut da für meine rüstung damit ich irgendwie leicht ultra leicht blau machen kann damit die ein bisschen weniger bewegt stimmt hier ist viel wasser los da ist der kampf hinteren ehrlich ich gehe gleich irgendwo runter da kommen alle sumpf wald mit immer muss ich herunter gole fast presten aber gole sind kein problem bist du und dazu gehen wir irgendwie besser mich die treffen könnte ist alles verbunden hier sieht aus als ganz was haben wir um seite acht hat mich hoch gefolgt gehen wir immer nach unten google sind nicht so stark es geht ein guter eingestimmen stimmt dann länge der arbeit kämpfe ich eigentlich mit meinen waffen hier das ist auch voll verschwenden wegen euch schon wieder voll verstrahlt ja dann beiden ich habe jetzt auch ein gut mit einer kapitänsweste die waffe ist viel zu überpower hat jetzt mal ganz ehrlich und da suchen wir vorher hier ab auf abgeschossen ich konnte nicht treffen das ist ja fertig der ford diese sumpf level in der vor der 2 diese andere haben hinter dir siehst du mich nein gut ja was machst du jetzt ist mir der kopf los oder was extra schaps abrad damit es ist nicht das was ich gesucht habe so ja er ist verschwunden ist mir egal kommt er ja ja das ist echt gute arbeit darin die gegner abzulenken irgendwie gehen die nur auf mich anstellt okay es ist noch nicht vorbei ist noch irgendwo einer war ich schon wieder auf jemand anderen wo kommen wir mal so viele von den her die kommen wir mal so eine anzahl ist ab dem minister jetzt muss ich kurz flüchten um mich aufzuhalten weit ich bin ich noch gestorben jetzt ehrlich 25 minuten wie lange ist in der part jetzt schon wir haben noch so zehn minuten boah echt ich habe mich hat noch voll viel hp habe ich gesehen wir haben wir noch nie so viel abgezogen europa boah das ist jetzt sehr doof ist gerade noch rechtzeitig gekommen für was ich bin nur zufällig vorbeigekommen dann ist heute mein glückstag du weißt nicht zufällig wo man sich hier gut niederlassen könnte oder ich habe satt ständig unterwegs zu sein wo nach suchst du ich suche einen sicheren ort zum leben und ständig irgendwelche versuche einen umzubringen warum müsstest du einen passenden ort aber klar 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 wir noch century oder da geht es so gut weil sie nicht geht so burg hier oder pressen oder gar nicht weil ich da nicht wohnen so was sagst du dazu gefällt dir oder nicht gefällt dir nicht von der dreck testen warte mal was war ich jetzt hier drin schon jahre dann habe ich schon zum feld gefunden ich bin noch gar nicht in der nähe muss ich dann noch runter und so boah nur eben bei diesen ort gehen dann einfach da hinten was kommt noch mal gegen die ganzen zombies zu kämpfen eine coole tausendmal entschuldigung ein einfaches leben ist das heißt wird wir gehen dann schlusschacks wir gehen schon mal zu dem ort auf jeden fall hinten gestürzt funktionen einfach zu der siedlung in schon mal oberlandstation geil da ist eine siedlung ehrlich gut damit sagen ich bin der partier und wir sehen uns dann in der nächsten folge wo wir dieser siedlung helfen werden ich glaube ich als zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge